Und das macht sie auch. Mit dem Gashebel voll am Anschlag steuert Cheyenne die einmotorige Cessna durch die Lüfte. Und das mit gerade einmal 15 Jahren. Hoch oben über ihre Thüringer Heimat zu fliegen, für sie immer wieder ein berauschendes Gefühl. Frei zu sein, in der Luft, auf sich gestellt zu sein, alleine die Kontrolle über den Flieger zu haben. Einfach das Tollste, was es für mich gibt. Seit knapp einem Jahr paukt und übt Cheyenne für ihren Pilotenschein. Schon als kleines Mädchen hat sie ihre Leidenschaft fürs Fliegen entdeckt. Als ich erst mal mit dem Airbus mit dem Großen geflogen bin nach Russland, das hat mir ziemlich gut gefallen. Und dann in der ersten Klasse mussten wir auch sowas ausfüllen, was wir vielleicht später mal werten möchten. Und dann habe ich Flugzeugpilotin reingeschrieben. Und der Traum besteht bis heute noch. Ihren ersten Flugversuch unternimmt Cheyenne 2009 hinterm Steuerknüppel eines Segelfliegers. Damals begleitet ihr Papa sie bis zum Flugplatz. Beim Anblick der Bilder wird ihm auch heute noch regelrecht schwindelig. Aber wenn ich da drinnen gesessen hätte, dann hätte ich das nicht überlebt. Vom Mut und Ehrgeiz, den seine Cheyenne für das Erreichen ihres Traumberufs aufbringt, ist der Lkw-Fahrer von Anfang an schwer beeindruckt. Ein traumhaftes Gefühl zu sehen, dass ein 14-jähriges Mädchen, der halt so einen Wunsch hat und sich halt wohlfühlt, sagen wir es mal so, wohlfühlt und ein Ziel hat. Und was nicht jeder heute da hat, sonst hier. Zurück auf der Flying Ranch in Dermsdorf. Heute ist Cheyennes 13. Flugstunde. Bevor sie aber mit Fluglehrer Michael Schunke in die Luft geht, muss die 15-Jährige erst einmal die Maschine durchchecken. Das ist das Querruder und am wichtigsten sind die Anschlüsse hier drin, dass sie richtig fest sind und nichts wackelt, ja, dass man eben fliegen kann. Damit sie schon in ihrem Alter die Pilotenlizenz machen darf, hat sie von der Luftfahrtbehörde eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Trotzdem, erst wenn sie 16 Jahre alt ist, darf sie alleine im Flieger sitzen, ohne einen Fluglehrer neben sich. Sie ist aber mit Sicherheit von ihren Fähigkeiten vorher schon zu weit. Also da muss sie sich halt noch ein bisschen gedulden. Ihr erster Fluglehrer war Martino Wirth. Als der Pilot und Kunstflieger vor zwei Monaten bei einer Flugshow tödlich verunglückt, bricht für Cheyenne eine Welt zusammen. Das hat mir auch immer Mut gemacht, weil ich auch von Anfang an mit ihm geflogen bin. Deshalb ist das für mich schon ein Schock gewesen. Wenn er sie jetzt sehen könnte, er wäre bestimmt stolz auf Cheyenne. Denn nach einer Stunde im Cockpit der Cessna meistert sie auch die letzte Hürde für heute. Abfall, schweben lassen. Schön nach angucken, schweben lassen. Naja, ich bin ein bisschen wieder aufgeschwebt bei der Landung, aber im Großen und Ganzen fand ich sie eigentlich relativ gut. Wenn weiterhin alles so gut klappt, bekommt Cheyenne in einem Jahr ihre Pilotenlizenz und ist damit ihrem Traumjob als Verkehrspilotin einen Riesenschritt näher gekommen.